Sie liebt und lebt den Fußball, seit sie klein ist. Laura Freigang. Die gebürtige Kielerin beginnt mit sieben Jahren beim FSV Oppenheim in Rheinland-Pfalz. Bevor ihre Karriere an Fahrt aufnimmt, studiert sie von 2016 bis 2018 an der Pennsylvania State University. Zunächst Kommunikationswissenschaften, danach Psychologie. 2018 gelingt der Sprung in die Bundesliga und Freigang wechselt zum ersten FFC Frankfurt. Ihr Debüt in der Nationalmannschaft gibt die Stürmerin 2020. Sie gilt als der starke Joker, hat in ihren 19 Länderspielen bereits 12 Tore erzielt. Die 25-Jährige ist außerdem der DJ in der Kabine, sorgt immer für gute Laune und die richtige Musik vor und nach den Spielen. Bei der EM im letzten Jahr stand sie zwar im Kader, wurde jedoch nur selten eingesetzt. Das soll sich bei der WM nun ändern und will sich in der Mannschaft um Vosteklenburg beweisen.